Fangen wir nochmal an, die Veri war nicht bereit. Was geht? Okay. Hi Leute, wie ihr sehen könnt, seid ihr wieder bei einem neuen Beitrag von Ivi Young. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal was ganz anderes. Und zwar waren wir ungefähr zur gleichen Zeit im Urlaub. Ich war auf Fuerteventura. Und ich war in Island. Und das sah sehr unterschiedlich aus. Wir hatten einmal Sommer und Winter. Und beides im Februar. Genau, und deswegen schaut euch das doch jetzt einfach mal an. Wir hoffen, es gefällt euch. Viel Spaß dabei. Ja. Wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen. Wir hoffen, 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 wir hoffen. Musik 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 Wie ihr sehen könntet, waren das zwei komplett verschiedene Reiseziele und unterschiedlicher hätte es gar nicht sein können eigentlich. Genau und wir hoffen, euch hat unser kleiner Beitrag gefallen und ihr seid wieder mit beim nächsten Mal dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik